So, Hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft, Raus of the Lake King Classic Version 3.4.1 Sind hier in Norden, denn den Grizzlyübeln in Burg Siegeswahl bei Unteroffizier Nassgrim, der die Quest hat, weiter nach Camp Oniqua Sprecht mit Speer Vortag im Camp Oniqua, wir nehmen die Quest mal an Camp Oniqua, das ist ziemlich weit weg Aber wir machen uns mal trotzdem auf den Weg Befindet sich hier hinten Und da haben wir ein bisschen was zu fliegen Ja, ich bin es lieben, wir sind so großartig Ich bin es lieben, ich bin es lieben Ich bin es lieben, ich bin es lieben Und da haben wir glücklich Ich bin es lieben, es lieben, es lieben Sozusagen ich nicht so großartig Und da muss ich die easter Party Ich bin es lieben, ich bin es lieben Und da muss ich in die고요 So, wir sind bald da. So, und schon sind wir angekommen, hier ist der Speer Vortag und wir gehen jetzt hier weiter nach Camp Oniqua ab, 5200 Erfahrungen und damit ist diese Quest auch abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen, schaltet gerne wieder ein, lasst gerne Like und Abo da, schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal, ist verlinkt hier im YouTube-Kanal und damit bis zum nächsten Mal, tschaui.